HALÖCHEN! Herzlich Willkommen zurück zu Let's Play Binding of Isaac! Wir haben das letzte Mal Grandius Marm besiegt und uns total gefreut! Und machen uns diesmal an die Challenges! Und zwar fangen wir mit der ersten Mal! Nein! Okay, wir fangen mit der ersten an! Und wir machen wieder die von der Speed Folge! Weil die Folge muss wieder mal gleich hochgeladen werden! Wenn ich sie aufgenommen habe! So geht das bei Isaac relativ schnell! Wenn wir jetzt hier sterben, fangen wir nicht neu an die Challenge, sondern wollten wir mal mit Cain spielen! Oh nice! Wir sehen wie weit wir kommen! Hm! Ist jetzt doof! Ich will die Challenge schaffen, aber ich will noch mit Cain spielen! Machen wir jetzt! Machen wir jetzt! Okay! Autsch! Wiege? Nein! Danke! Und dann geht's da! Oh! nö doch damit bereits hast du dich doch damit auf nein keiner mag ich bin fast tot juhu space item was schwachsinn ist in der gehängte Mann sinnvoller werde ich die Karte eh nie einsetzen aber auch alles ist kopfdruck vorhanden waren 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 oder ich kann es nicht glauben dass das alte mal gebracht hat Okay, was wird das bitte für ein Run? Wie wärst du denn in die Augen? Wie geht's? Ich glaube, ich muss gleich kommen. Auch nein, nein, nein. Nein, nein, nein! Nein, nein, warte, wie hießen sie? Fuck, ich hab schon wieder vergessen, die Dinger also. Bäm, oh nö. Hallo? Schieß halt. Ein ganzes Herz, das sehen wir auch. Ähm, auf geht's. Nein, du. Ach, nenn das Spinnenknoll, das ich wieder weiß, wie es heißt. Komm her. Eine Münze. Bloß noch irgendein Item mit Tears ab. Ich hab's gesagt. Was ist das? Viel zu kleiner Kopf mit viel zu bersigen Augen. Ey, der Boss war da oben. Bitte jetzt nicht Widow, sein Kollege. wir sind eine mg als nächstes hätte ich dann ganz gerne damage ab wenn das spiel schon so gut auf mich hört den anderen otto maschinen zum beispiel au fuck genau reingelaufen da renne ich weg au ehrlich schon wieder was soll das denn werden ok tier haben wir jetzt schon noch maximum wer für dreißen drei sind überhaupt keine drei silber herzen haben was geht uns das dann ab jetzt einfach mal ach das a das geht und das antwort ich hab wirklich nicht offen nein jetzt irgendwie sind der match ab drin gewesen oder so hätte ich das vielleicht genommen weil dann werden wir super stark top of here ist noch da aber die freunde lachen uns aus oh curse of darkness wie kommt das denn auch mal doch mal Wieso knitschst du dich immer? Da, schon der zweite hat sich geklitscht. So unfair. Du darfst ja eigentlich nicht hinkommen, Gry. Und treffen solltest du mich auch nicht. Oh Gott, wie stell ich mich denn an? Ich hätte noch ein halbes Herz. Okay. Ne, da waren wir gerade. Goldenes Kacki. Ich meine, die tötet mich die Fliege, weißt du? Okay, die Fliege tötet mich schon mal nicht. Du tötest mich auch nicht. Okay, wir sind jetzt aber trotzdem tot. Ach, nö. Okay. War klar. Nein, nicht replay. Weg zu mein Menü. Start. Mit wem? K. K. Fängt von Anfang an mit einem Schlüssel an. Mit dem Lackfurt. Sprich, wir haben viel mehr Glück. Und wir können nur gute Pillen haben. Also wenn wir Pillen finden, auf jeden Fall essen, weil es sind nur gute Effekte. Aber es gibt ja auch gute Effekte, die nicht gut sind. Wie zum Beispiel, ähm, Bombsacki zählt als guter Effekt. Aber Bad Guess zählt als schlechter Effekt. Obwohl die an sich beide nichts Negatives machen. Go, go, Kane. Oh, was zur Hölle. Oh. Haha. Direkt schon wieder zerholt. Ach, komm. Okay, vielleicht sollte ich, nachdem die eine Folge oben ist, noch ein bisschen spielen, damit ich wieder reingespielt bin. Die tötet mich. Uh, das war knapp. Und wir sehen schon wieder berstet. Müssen wir eigentlich heute alle berstigen Items in einem Run finden? Oder in einer Folge? Wir schaffen den Boss ohne Schaden zu kriegen. Und zum Glück macht ihr Nippel da keinen Schaden. Ja, äh, das ist die Knäude. Nein! Okay, replay. Schaffen wir. Geh aus. Komm her! Platz. Und... Nein! Oh, oh, oh. Der hat übrigens Range. Keine hohe Range, wie ihr vielleicht seht. Nö, kein Suizid-Mongo. Nein! Kein Suizid-Mongo habe ich gesagt. Da stand der Typ. Oh, komm. Matchstick. Herzchen. Yay. Widow, schon wieder. Aber diesmal mit zwei Herzen. Ja, das ist... Widow ist scheiße mit... Widow ist scheiße mit Kane, weil Kane hat überhaupt keine Range. Und dann trifft mich Widow immer, wenn er auf mich hüpft. Genau so. Und dann trifft mich wieder hin, bitte, bitte. Danke. Das... Unfair. okay okay ich glaube das wird eine speed die folge wer stirbt am schnellsten ich an nico auch nö schon wieder nur ein halbes herz Nicht alle verorschen! Tür ist ab! Okay, Cain muss sich noch ganz stark üben. Ah, das ist traurig! Alter! Okay. Also, solange wir was schaffen wollen, spielen wir dann vielleicht doch Maggie. Aber der Typ ist so cool an sich! Er fängt mit nem Schlüssel an. Er fängt mit nem Schlüssel an und so. Er hat doch schon ein cooles Item von Anfang an, aber... Er hat halt zwei Herzen weniger als Maggie. Und stirbt dauernd! Ja, das liegt am Charakter, nicht an mir. Komm halt her! Ja! Komm nochmal, wir sterben nochmal in der Folge. Diese Fliege tötet uns! Nein, doch nicht. Komm! Schlüssel! Wir sterben jetzt eh noch! Oha! Einen Treffer mehr! Münze! Die Grofe in Zeit! Wenn wir getroffen werden, Spawn fliegen, die angreifen. Oh, das ist ganz nützlich, weil wir werden ja von allem getroffen. Halbes Herz und der Boss tötet uns jetzt. Das ist... Oh, was soll.. Wie soll denn auch noch vermien? Nein! 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 Au! 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 Nice! Ja! Ich wusste es doch! Halbes Herz! Okay! Ciao, bis zum nächsten Mal!